Jai, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 1 of Lost Chapters. Wir müssen uns jetzt zu Maze begeben, der hier auf der Taverne anscheinend auf uns wartet, wie uns zumindest von 10.000 Leuten schon gesagt wurde. Ja, ich will. Ach Gott, ich liebe es einfach hier so böse zu sein. Oh mein Gott. Wo ist denn Maze? Das war doch hier wartet. Oder nicht? Bin ich dumm? Hey, der ist los wie ich, der Kleine. Oh, das ist eine Frau. Okay, doch. Wo ist denn... Hä? Soll der Maze nicht hier auf uns wachen? Ähm, okay, dann... wohl nicht. Vielleicht war da der Wander. Hey, hier stehen keine Wachen mehr. Kann ich jetzt vielleicht durch? Okay, nein, kann ich nicht. Ja, ist okay, ist okay. Oh. Pff, dass der keine Angst vor mir hat. Dummer, dummer. Egal. Aber Maze wollte doch irgendwo von uns hier warten. Vielleicht ist er irgendwie in einem anderen Haus und ich bin zu dumm, um das zu checken. Nichts Interessantes. Bisschen Klauen dabei. Ups, Allah. Hm. Ähm, oh, Wache kommt schon. Ja, was? Hm? Lass mich mal raus. Oh Gott. Ja, lass mich raus. Dankeschön. Ich dachte, ihr... W... 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 Weg. Schneider. Ja, hallo. Wenn ihr etwas beschädigt, müsst ihr es bezahlen. Oh Gott. Chill. Hm, warum gucke ich jetzt einfach... Ach, genau. Mir fehlt doch noch irgendwie... Der Kopf fehlt mir auf jeden Fall noch. Wow. Der ist teuer. Wow. Okay. Krass. Wow. Was habe ich noch? Ne, Füße habe ich, gell? Ja. Warum ist denn das hier so teuer alles? Krass. Hm. Ja. Das ist doch... Ne, das ist nicht Oakvale. Oakvale ist doch mein, 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 mein Dorf. Keine faulen Tricks. Ja. Wie komme ich denn da hin? Ähm. Von der Heldengilde? Ich gehe einfach mal zur Heldengilde, dann gucke ich mal. Weil Oakvale... Und wie es heißt, war doch mein... Ja, das war mein altes Dorf. Klar. Ähm. Äh. Okay. Karte. Oakvale. Da. Wie komme ich jetzt da hin? Von den Grab... Überfeldern irgendwie. Okay. Jetzt ist die Frage, ist der Weg hier kürzer? Glaube ich nicht. Gott, dieses Ding nervt. Nein. Kann ich nicht irgendwie gucken ohne dieses Fenster hier? Hm. Egal, ich bin gerade, bin ich Heldengilde. Oh Gott. Ähm. Wo kann ich denn noch hinreißen? Muss irgendwo hinreißen, wo es nahe ist. Ähm. Da. Ja, perfekt. Teleportieren. Okay. Gott, dachte schon, ich bin irgendwie dumm oder so. Äh. Vielleicht bin ich so. Ja, bin ich. Ähm. Darum. Darum. Okay. Nö, nö, nö. Auf zu Oakvale. Aber steht das alles wieder? Ich hab gedacht, das wäre alles niedergemetzelt. Wollten wir nicht uns, ähm, ein besseres Schweres wollen? Egal, wir machen jetzt erstmal das und dann gucken wir danach. Ähm. Hm. Es ist schön, dass er hier ist. Ach ja? Keine Angst mehr vor mir? Okay. Dann halt keine Angst. Puh. Krieg ich schon noch Angst. What's up? What's up? Oh. Stimmt, das steht wirklich alles. Oh mein Gott, die haben das eins zu eins wieder nachgebaut? Ernsthaft? Ernsthaft? Wow. Wow. Oh. Was denn das? Hallo. Ich kenne dich doch. Wir dachten, du wärst bei diesem Überfall vor Jahren ums Leben gekommen. Das ist die Nervige. Die hat immer noch so eine dumme Stimme. Oh mein Gott. Wo hast du nur all die Zeit gesteckt? Wow. Was geht jetzt? Du erinnerst dich doch an mich. Ich hab meinen Teddybären Rosi gesucht, bevor der Überfall losging. Wow. Am Tag danach sind wir nach Barrowstone gezogen. Aber da hat es mir nie so recht gefallen. Ähm. Bist du in Ordnung? Ich würde sagen, ich hab... Du warst eben etwas geistesabwesend. Ich hab wohl die vier Narben. Krass. Ich muss jetzt weg. Aber es war schön, dich wiederzusehen. Tschüss. Warum? Wie kann es sein, dass die, was weiß ich, zehn Jahre oder sowas und ihre Stimme sich kein bisschen verändert hat? What the fuck? Hier. Da, hier ist es. Hier drüben. Hier drüben. Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst zu berühmt, um hier aufzukreuzen. What the fuck? Ich habe nichts mehr von deiner Schwester gehört und kann auch sonst leider nichts tun. Aber es gibt noch Hoffnung. Eine blinde Seherin lebt bei Zwillingsklings Räuberwandel. Sie weiß vielleicht etwas über deine Schwester. Mhm. Eine blinde Seherin. Die Seherin steht neben dem Räuberkönig. Und es ist kein Zufall, dass die Räuber in letzter Zeit so erfolgreich sind. Hast du von Zwillingskling gehört? Er war einst ein Held. Ein echter Riese. Hatte aber mit der Gilde wenig am Hut. Er ging weg und vereinigte ein Dutzend Räubergruppen. Ich war immer der Meinung, dass er dein Heim angegriffen hat. Das könnte deine Chance auf Rache sein. Das Lager kann nicht weit weg sein. Das Dorf wird häufig angegriffen. Ich ließ eine Questkarte mit Einzelheiten in der Gilde. Aha. Interesting. Suche in der Gilde nach weiteren Quests. So, ich bin wieder da. Ich hätte hier einen kleinen Cut machen müssen, weil ich gestört wurde. Ja. Ja, genau. Wir wollten uns jetzt eine bessere Waffe besorgen und uns gucken, dass wir hier Rache an diesen Räubern irgendwie nehmen können. Kann ich irgendwas machen? Nein, leider nicht. Oh, ich würde so gerne im Wasser schwimmen. Schön. Okay, ähm, das heißt, wir gehen jetzt, äh, zu, 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 ähm, Bowerstone. Also, komische Namen. Halt, ich will erst gucken, wer jetzt hier in meinem Haus wohnt. Wer wohnt in meinem Haus? Hey, wer wohnt in meinem Haus? Hört, erst rein hier reingucken. Ah, ich habe schon von euch gehört. Ah, hast du das? Schön, euch zu sehen. Ja, ja, ja. Du hast deinen Mann. Hier, das ist doch... Nee, das war mein Haus, ja. Was steht jetzt dran? Zum Verkaufen, oder was? Oh, das war doch mein Haus. Oh, irgendwann hole ich mir mein Haus. Und was ist hier? Riesenhaus. Krass. Ach, ja. Ja. Okay, wir dann gehen wir jetzt mal zurück, erst mal. Ich glaube, ich laufe falsch, weil ich da runter muss, oder? Egal, ich kann jetzt hier auch so komisch laufen und hier so komisch lang und dann, äh, ja. Passt schon. Äh. Da, 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 da ist doch. Perfekt. Ach ja, die Vogelkrähe. Da kommen alte Erinnerungen hoch, ne? Ja. Okay, ähm, da müssen wir hin. Teleportieren. Los, los, los. Süd Powerstone. Sind die Händler überhaupt da, wenn es jetzt hier so, um, ist? Wow, es leckt. Ähm. Ich hätte gern ein Bier, bitte. Mit einem Schirmchen drin. Ein Bier mit einem Schirmchen. Okay. Oh Gott. Hat die das... Nein, sie hat es nicht gesehen. Perfekt. Ich will ein Bier. Auch mit einem Schirmchen. Mist, ich kann nichts kaufen. Das heißt, ich muss mich irgendwo hinlegen, aber wo kann ich mich denn hinlegen? Vielleicht irgendwie beim Gasthaus. Die haben doch so Betten, aber geht das einfach so? Äh, mal gucken. Reden. Ja, ich möchte halt auch nicht. Okay, Gegenstände. Wahrscheinlich nicht. Egal, dann kann ich trotzdem mal was sonst noch so hat. Ähm. Hm. Teuer, teuer. Wow, teuer. Teuer, alles teuer. Und kauft auch irgendwas teuer ab? Bränke. Nee. Geschenke. Stimmt, ich habe Pralinen. Nee. Nahrung. Nee, der kauft nichts teuer ab. Okay. Dann lege ich mich jetzt einfach mal oben in das Bett rein. Oh, ich sollte lieber... Ja. Seid gegrüßt, o kühner Held. Ja. Ich bin der berühmteste aller Barden. Ich singe euch Lieder. Gebt ihr mir gerne? Ich lasse euch nicht lange warten. Ganz sicher nicht. Nein. Was sagt ihr da? Meine Dicht... Nein, ich sage gar nicht. Ich möchte nur schlafen. Jetzt lass mich durch. Och, Mensch. Ich gebe dir vielleicht Geld, wenn du mich durchlässt. Aber ganz sicher nicht, wenn du singst. Lass mich doch durch. Komm schon. Du bist fett. Tut mir leid. Aber du bist fett. Oh. Komm schon. Lauf doch. Dankeschön. Kann ich mich einfach so hinlegen? Ich mache jetzt einfach mal... Ah, okay. Ja, wir nutzen es mal. Haben wir ja Geld. Ah. So. Erstes Tag, oder? Wenigstens ist der Barden weg. So. Nein, ich spiele nichts. Ich möchte hier zum Rüstungsschmied. Warum kann ich denn nicht hier mit dir handeln? Ja, mein Lord. Wieso kann ich nicht mit ihm handeln? Weil er da steht anstatt hier an seiner Schmiede, oder was? Dann, äh, lauf mal bitte zu deiner Schmiede. Oh, die Wache ist aber nett. Schön auf die Umwelt achten. Macht immer schön die Lichter aus. Wobei das wahrscheinlich keine Strom in Richtung Egger. Ja. Ähm. Hm. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis dieser Typ da, äh, zu seiner Schmiede läuft. Jetzt. Oh. Braves, äh, Schmiedelein. Gingster. Klausen. Der ist bezauert. Waffen. Nachkampfwaffen. Weisenlangen Schwert. Habe ich nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles habe. Nachkampfwaffen. Nö, habe ich nicht. Nö. Ähm. Aber ich kann die zwei Sachen, kann ich auf jeden Fall mal verkaufen. Stahl. Oder warte, benutze ich den da? Ne, ich benutze die Stahlachst. Okay, dann kann ich den verkaufen. Verkaufen und verkaufen. Ähm. Aber ich habe hier noch Distanzwaffen. Und da kann ich auch eine verkaufen. Die da, genau. Kriege ich schön Geld. So. Jetzt mal kaufen. Mal gucken, was der für uns hat. Ähm. Hm. Irgendwas mit viel. Wow. Das macht schön viel Damage. Ich glaube, ich habe immer dieses komische Schwert da. Oder hat sie noch was Besseres? Ne. Okay. Okay, ähm. Das da. Wow. Das ist echt toll. Aber das ist voll teuer. Naja, okay, teuer. Doch, eigentlich schon voll teuer. Vor allem der hat es teurer. Es ist eigentlich, ja, egal. Wir kaufen das. Kaufen. Wir haben ein ganz tolles Schwert. Ein ganz tolles. Ähm. Verkaufen. Ja. Okay. Bitte beachtet, dass Waffen in dieser Stadt nicht erlaubt sind. Eure Waffen wird für euch aufgebaut, bis ihr die Stadt... Ah, okay. Aha. Ja, ja, ich weiß. Den holen wir uns dann auch noch. Aber erst mal jetzt hier noch gucken, ob wir uns da was Tolles kaufen können. Ja, ja. Na, warum was suchen der? Der sucht Fisch. Und sonst noch was? Andere. Angerote. Ich habe nicht meine Angerote. Ich hätte mal gerne eine. E-Ring sucht der auch, okay. Geschenk... Äh, Gegenstände. Ähm, andere. Oh, ich kann sogar eine Angerote kaufen. Soll ich eine kaufen? Hm. Nee, die ist mir zu teuer. Zumindest bei dem jetzt, wenn es in meinem Angebot ist, dann kauft man sie grüner Apfel. Wow, der ist billig. Der Apfelkuchen ist auch billig. Ui, ui, ui. Hat er jetzt einen billigen Tag, oder was? Auch billig. Aber ich habe nicht mal so viel Geld. Kaufen wir auf jeden Fall mal den Apfelkuchen. Maximum. Ähm. Was kaufen wir denn noch? Das da. Maximum. Und was noch? Ähm. Maximum. Ähm. Noch was? Hm. Ich meine, da kann ich Geld mit verdienen, wenn ich dann hier alles schön kaufe und dann später wieder schön verkaufe und so. Äh. So, okay, jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber, ich habe, ähm, ja. Das. Es gibt mehr und mehr Räuber heutigen Tags. Ja, ich weiß, ich kümmere mich um die. Da liegt ein Trank. Und ich kann ihn nicht aufheben. Och, Mann. Ja, ich weiß, dann wird ich böse werden. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ja, okay. Ähm. Auf zur Heldengilde. Und dann suchen wir nach dieser Karte. Die Heldengilde. Oh, da ist mein Schwert. Ähm. Oder auch nicht. Inventar. Waffen. Hackerwaffen. Da. Obsidian. Hackmesser. Wow. Führen. Soll ich das auch gleich verstärken vielleicht? Hm. Ja, komm. Ich habe zwei Verstärkungen. Flammen, Blitz, Flammen, Blitz. Nicht vergessen. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich noch eine bessere Waffe. Aber nee. Okay, dann habe ich mir Flammen, Dings. So. Soll ich mir gleich zwei holen? Ja, komm. Ich komme mir gleich zwei. Besumme. Wow. Geil, wie es jetzt aussieht. Das ist echt nicht schlecht. Tube, Tube, Tube. Aber ich schlage voll langsam. Habe ich noch so Punkte, damit ich hier meine Schnelligkeit holen kann? Ich glaube nicht, oder? Nee, das wird nicht reichen. Nee. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Nee, 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 Feuerball. Nee, mache ich nicht hoch. Gott, sieht das gerne aus. Ähm. Wieso kann ich denn eigentlich hier nicht mal meine Zauber durchswitchen? Ich habe doch ganz viele gekauft. What the hell? Ähm. Oder geht das mit ihm hier nicht? Nein, das müsste doch gehen. Ähm. Magie? Hier, habe ich doch alle. Muss ich die reintun, oder wie? Okay. Dann tue ich sie eben mal rein. Äh. Schau. Jetzt geht's wieder. Komisch, dass es gerade nicht ging. Tube. Warte, wann dat? Er ist echt unheimlich. Hm. Äh. Zwei Schwerter. Tube. Tube. Habe ich jetzt immer zweimal? Ja, müsste ich. Ähm. Nee, das war zweimal. Ach Gott, ich kenne meine eigenen Skills nicht mehr. Hihi. Wow. Ah, okay, das war dieses Dashen. Okay, perfekt, perfekt. Ja, ich verschone dich. Okay, ähm. Dann machen wir jetzt hier eine... Nee, nee, nee. Nicht eine Pause. Doch, eine Pause. Ein Cut. Und, ähm. Ja, dann beim nächsten Mal gucken wir nach dieser Karte und schauen, dass wir die Räuber irgendwie finden. Dass wir uns rächen können an diesem, äh, Schwein da. Vielleicht finden wir irgendwas über unsere Schwester raus. Und ja, hoffen wir mal. Ja. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.